Hey, schön, dass du dabei bist. Du wirst uns begleiten auf einer kleinen Reise, nämlich der Trainingsreise von dem Labrador-Welpen Flinte. Sie ist jetzt 11,5 Wochen alt und für sie geht jetzt der Start ins Training los. Wir werden dir zeigen, was wichtig ist zu Beginn des Trainings. Wir werden dir zeigen, was in den einzelnen Abschnitten im ersten Jahr für das Training wichtig ist. Welche Steps anstehen, worauf du achten solltest und welche Punkte du für euer Training in den Fokus nehmen kannst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, jetzt geht es dir erstmal gucken, wo der Ball ist. Nehmen wir den? Nö. Okay. Läuft. Nix. Ja, und, ähm, keine Ahnung, das war scheiße. So, was ist das? Kriegen wir doch noch irgendwo schnell hin. Lotters Leben. Gut. Schnauze! So korrigieren wir unseren Hund adäquat. Hahaha. Hahaha.